Gut, fangen wir erstmal hier mit an. Erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Ja, aber... Was hab ich denn da? Es gibt irgendeine Band. Ihr habt das auch im Namen, dieses... ...Ski. Aber das wird Sky ausgebrochen bei denen. Na egal, auf jeden Fall. Wir sind hier in diesem Jet-Sky-Level. Ähm... ...das wahrscheinlich das letzte ist, glaub ich, ne? Ich mein, da kommt kein Zeug raus. Eigentlich haben wir schon eine Laufzeit gemacht. Weil man halt nicht laufen braucht. Ich hoffe dann, dass ich jetzt hier auf Anhieb alle Kisten schicke. Ich hoffe dann, dass ich jetzt hier auf Anhieb alle Kisten schicke. Und da in der Vorne ist der Checkpoint. Muss man jetzt von vorne anfangen? Nee. Ich freu mal der Jet-Sky. Ähm... ...auf... ...viel besseren Sound im Original. Ist doch irgendwie ein bisschen nervig, aber hört sich trotzdem besser an als dieses Gepbber hier von dem Mixer. Ich meine, Zephyrn spielt auch auf Elite-an-Lai. Achso. Danke. Jetzt! Ähm, ich meine, Zephyrn spielt auch auf Elite-an-Lai. Also, Lai, das schwere Zeug. Haben sich aber Led zum Beispiel geführt genannt, weil die Leute es sonst eher wie Elite ausgesprochen hätten. Von Führen. Wie heißt das eine Jetski-Level, in dem man dem Ziel anfängt? Ähm... Ja, das haben wir zum Glück schon hinter uns. Aber ich weiß nicht mehr genau... Ich weiß nicht mehr wie er sonst ist. Oh, hey, hey, hier bin ich wirklich ja. 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 Ich bin fast schon wieder fast vor dem Checkpoint gestorben. Also erstes mal, dass ich nicht so regelmäßig unterwegs bin heute. Und zweitens, dass mir voll oft Wörter nicht einfallen. Das ist alles sehr gut zu empfehlen, würde ich sagen. Sieben. Sieben. Auch ein guter Film. Sehr guter Film eigentlich, muss man sagen. Und die letzten zwei Küsten. Sehr schön. Insignation eines Gamers. Ne, das hat damit nichts zu tun. Ich habe sowieso, mir fallen sowieso voll oft Wörter nicht ein. Im Gespräch bin ich eigentlich auch nicht so, aber heute ist es echt okay. Also heute ist weniger als in den sonstigen Streams. So. Ich fahre mal ganz nochmal aufs Fight. Pime. Sollte eigentlich hoffentlich ganz gut funktionieren. Ein paar Winter. Und da ist auch noch einer. Ich frage, ob sich das lohnt, die zwei Sekunden. Weil sie ist ja schon im Weg. Ausgeschmeißbar. Ich weiß ja noch nicht mehr, über was ich überhaupt reden soll. Weil meine Tribute habe ich auch nicht. Wunderschön. 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 Ja, ich sehe ihn. Es ist ja ein Schöner. Oh, ein Acker. Wie ist das denn? Faktisch. Ich kann jetzt gerade leider nicht im Chat lesen. Wie ist dieser? Ich weiß gar nicht, was ihre Zeit ist. Oh, ich habe den einen von den beiden mitgenommen. Ich weiß gar nicht, was ihre Zeit ist. Ach, das ist der? Ich habe einen von den beiden mitgenommen. Vielen Dank. Auf die Zweierkisse kann ich verzichten. Ja, wir müssen es nochmal machen. Ich meine, die Zeit war hier relativ gemälig. Es gibt Wortfindungsstörungen. Das sind wohl Gesprächsfindungsstörungen. Man kann das... Ja, ich bin auf jeden Fall socially awkward. 53,50. Ja, da hätte ich mir eigentlich auch ein Picknick machen können. So. Hang him high. Ja, da gibt es mit Sicherheit auch einen klinischen Terminus für. Aber ich mag meine Bekrippe lieber. So. Meine Frage ist... ...gibt es hier Kisten? ... ... ... ... ... ... ... aussieht nicht Ich verarsch mich nicht. Dafür. Socially crippled. Das trifft sehr gut auf mich zu. Okay. Haben wir da unten jetzt alles? Ach so, habe ich eigentlich... Als ich Crash 1 gespielt habe, habe ich da eigentlich Dings gespielt? Ach, wie heißt das? Nicht, ähm... Wie heißt das denn noch? Ask. 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 Nicht Slippery Climbs, sondern das andere davon. Naja, asozial ist... ...ist eigentlich gewollt, sage ich mal. Und... ...Socially outbored ist... ...dass ich mich nicht mehr so gut machen kann. Äh... ...ungewollt. Ja gut, mach mal... ...wir können ja jetzt, ne? Ja, dann machen wir erst hier Edelstein... ...und dann fangen wir von hinten nach vorne. Mit der Zeit an. Dann haben wir nämlich die schwierigen Level als letztes. Äh, andersrum. Als erstes. Würde ich auch sagen, wenn man asozial ist, ist es mal einfach ein Arsch. Ja. Die Hooper hat mich gestört. Die Hooper hat mich gestört. Muss ich die Kisten einsammeln? Ja, ne? Kann man hier irgendwie durchschalten, was ich hab? Nee. Du musst ja, glaub ich, die Kisten holen, ne? Ja. Nee, ich würde das anders deuten. Also... Er ist nicht sozial gesprächig, würde ich nicht als asozial deuten. Asozial ist für mich was... ...was sehr, sehr Negatives. Und er ist nicht sozial oder gesprächig, ist für mich einfach nur ne... ...so ne Aussage. Ohne irgendeine Wertung. Einfach ein Fakt. Wobei, wenn man asozial ist, ist das auch ein Fakt, aber halt nicht wert. So... Wo, den Checkpoint? Ja. So, gibt's hier Kisten? Die Nitro gibt's auch irgendwann.